Hallo, ihr Freund und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2. Ja, da stehen wir am Leuchtfeuer mit der guten Meite im Hintergrund und ich finde unseren Charakter schon mal extrem schick. Das ist echt toll gemacht und sieht auch mal, muss ich ehrlich zugeben, weil ich es ja vom Freund kenne von der PS3-Version mal ganz anders aus. Ich habe natürlich immer noch keinen Mod drauf, aber mir gefällt es. Es ist idyllisch, eine schöne Grafik in meinen Augen betrachtet. Natürlich jetzt nicht wahrscheinlich irgendein High-End-Kram, aber bis auf den Zipfel-Damenhut kann man sich den nicht abhauen oder so. Sieht es doch richtig nett aus. Aber, Freunde, ich habe natürlich mal eben kurz offscreen mal ein bisschen so nochmal die Werte durchgelesen, mich ein bisschen schau gelesen und der Schmied hat tatsächlich auf. Das finde ich klasse. Der ist am Schmieden. Und wir werden doch jetzt mal Folgendes machen, denn ich habe mir überlegt, wir werden mal hier unsere Seelen benutzen, damit wir ein bisschen leveln können und wir werden dafür alle Seelen benutzen. Guck mal, 1200 Seelen, das ist schon mal nicht schlecht. Hiervon haben wir vier Stück. Es steht leider nicht dran, wie viele Seelen das gibt. Boah, 3200 und wir haben eine des stolzen Ritters. Boah, die gibt nochmal 2000. Hm, Wahnsinn. Das ist verdammt toll. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Was machen wir denn jetzt? Also, wir... Ich wollte leveln für den Bogen. Ja. Ja. Ja, das kennen wir ja bereits. Wir sollen den König aufsuchen und mächtigere Seelen an uns bringen. Wahrscheinlich von den Bossgegnern. So, wir brauchen auf jeden Fall 12 Geschicklichkeit, damit wir den Bogen nutzen können. Und jetzt ist halt die Frage, was skillen wir denn weiter? Wir könnten mal einen Punkt in Stärke setzen, einen Punkt in Konstitution setzen, damit wir mehr Ausdauer haben. Und ich glaube, noch ein Punkt ist gar nicht so verkehrt, ne? Da könnten wir sogar noch einen Punkt reinsetzen. Na, ich weiß nicht. Ich will nicht so viele Seelen direkt hier abgeben. Wir lassen es erstmal so. Also, einen Punkt in Stärke finde ich voll okay. Wir brauchen Wille, ne? Damit wir zaubern können oder so. Also, wir bestätigen das schon mal. Also, Stärke ist natürlich super, weil wir auch im Nahkampf angreifen. Und jetzt müssen wir mal gucken. So, verlassen. Dass wir schon mal den Bogen ausrüsten können. Den können wir hier als zweite Waffe ja mal benutzen, ne? Jawohl. Guck mal hier. Jetzt haben wir nämlich auch am Bogen unsere... Unsere Tragkraft wird dadurch belastet, je mehr Waffen wir dazunehmen. Nun gut, jetzt brauchen wir natürlich auch Pfeile. Und das Besondere ist natürlich... Der Schmied verkauft uns Pfeile. Du, stand zurück. Das ist gefährliche Arbeit. Gefährlich? Der Name ist Leningrast. Nur ein einfacher Schmied. Und du bist... Oh, oh. Ein anderer uselesser Traveler. Hey, hey. Ein Mann sollte, mit seinen Fähnen in der Erde planten. Nicht Romer-Round, wie du flotantische Vagabondes. Oh, was ist das? Geh mal, zeig mir, was du hast. Ja, der ist ja alles andere als nett, ne? Lass mich mal schauen. Aber mach es schnell. Ja, entschuldige, wir wollen dich nicht länger aufhalten. Also, wir können auf jeden Fall Gegenstände kaufen. Dann werden wir jetzt mal reingucken. Was hat der Gute denn so? Ähm... Hm. Das Breitschwert haben wir selbst. Der hat noch ein Langschwert. Okay. Was hat er noch? Ein Falsch... Falschion? Ne, Falkion. Das ist aber ne Geschicklichkeitswaffe. Ein Estock. Okay. Stoß, Hieb, 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 Hieb und Stoß. Ein Degen. Auch Geschicklichkeit. Ne Kampf-Axt. Ne Axtwaffe mit Hieb. Fünfzehn Stärke. Ein Streitkolben. Nicht schlecht. Und ein Speer. Schade. Ich mag Speere und Lanzen. D und B. An... Nein. Warum ist denn ein Speer auf Geschicklichkeit? Verdammt. Ein Streitkolben. Mit B auf Stärke. Nicht schlecht. Er macht 120 Schaden. Streitkolben klingt cool. Aber 1200 Seelen. Ich meine, wir haben schon tolle Waffen. Wir bleiben erstmal, glaube ich, bei den Waffen. Er verkauft uns... Natürlich verkauft er uns Holzfeile. Eisenfeile. Holzbolzen. Und schwere Bolzen. Wir brauchen aber Feile. Ja, wie viele kaufen wir denn davon? Kann man da reinklicken? Ne, ne. Kann man nicht. Na. Ne. Das dauert mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Geh nochmal zurück. Ich will wissen, was du noch verkaufst. Reparaturpulver. Stelle Ausrüstungsrobustheit wieder her. Okay. Und Titanitscherben. Genau. Die Scherben damit... Also wir können Waffenrüstung reparieren. Wir haben natürlich zur Zeit keine Rüstung, die repariert ist. Wenn mal irgendetwas in der Robustheit wohl ganz kaputt geht, dann können wir... Na, sag schon. Dann können wir halt so einen... Sag schon. So einen Schmied aufsuchen. Es soll ja wohl mehrere geben. Und... uns dort halt unsere Rüstung, Waffen, whatever, halt wieder reparieren lassen. So. Und Waffen und Rüstungen verstärken. Genau. So. Da können wir nämlich jetzt hier einmal... uns durchsuchen, fummeln, wie auch immer. Wir brauchen eine Titanitscherbe dafür, dass wir irgendetwas verbessern wollen. Das ist natürlich eine coole Sache. Die heile Klerikaglocke, die haben wir. Genau. Zehn Wille braucht die dafür. B in Blitz und C in Finsternis, ne? Ich glaube, die sollten wir jetzt noch nicht verwenden, um irgendetwas hier zu verbessern. Rüstung haben wir natürlich auch. Einiges, ne? Titanitscherbe. Könnten wir auch verbessern. Oh, die Werte sind schon nicht schlecht, ne? Eine Titanitscherbe. Und der verkauft sogar zehn. Aber ich glaube, wir kommen ganz gut so zurecht. Ich weiß noch nicht, was wir verbessern oder was wir für eine Waffe letzten Endes tragen sollten. Weil, wo war sie? Hier, guck mal, hier so eine dicke Kampfachs. Die braucht 15 Stärke. Aber die Kampfachs ist nur mit C in Stärke kategoriert. 125 Schaden. Und der Streitkolben ist mit B. Und der macht 120 Schaden. Die Wertigkeit der Stärke ist dann bestimmt höher. Und wir machen mehr Schaden mit dem Streitkolben als mit der Kampfachs. Das ist Schlag, das ist Hieb. Also, sind da noch... Naja, ich denke mal, jeder Gegner hat unterschiedliche Resistenzen. Und man braucht da halt, dann muss man halt schon gucken, welche Waffe man dann benutzt. Aber, nun gut. Ähm... Dann gehen wir hier nochmal zurück. Unterhalten uns nochmal mit dem. Drat. Drat. Du bist besser als meine rechlauste Tochter. Warte, wie die Tochter? Du bist nicht dein hele Leben im Transit. Hörst du? Okay. Nö, werden wir schon nicht. Nein, klar. Wir werden hier uns irgendeine Arbeit suchen und die Häuser wieder am Stand sitzen oder so. Ihr braucht Seelen, um zu reparieren und die Häuser zu verbessern. Ich weiß nur von Smithing. Aber Seelen haben auch viele andere Wunschungen. Nicht verhäuchern deine Seelen auf unendete Trinkets. Ja, und genau das ist das. Nämlich, wir müssen uns wirklich überlegen, was wir mit unseren Seelen oder mit unserer Rüstung anfangen. Deswegen werden wir da am Anfang echt sparsam sein. Ich bin da echt vorsichtig dann. Das Erzeugnis kann mit rareren Stöhnen stärken werden. Aber solche Stöhnen kommen nicht einfach. Meine Frau kennt ihre Stöhnen. Aber sie ist immer draußen, tranzend. Oh, das weiß ich nicht, ob unserem Charakter hier, auf den jemand wartet. Drat. Du bist besser als meine Recklese. Nicht deine... Na gut, okay, das war's dann eigentlich schon. Dann machen wir erst mal verlassen. Ja, Entschuldigung. Warten... Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ist nicht so gut gelaunt, ne? Wollen wir uns mal... Genau, unterhalten. Genau. Und den König natürlich auch suchen. So, dann wollen wir nochmal gucken. Aufsteigen. Wir kriegen für 10 Seelen einen Pfeil, wenn ich das richtig gesehen habe. Tja, Freunde, was machen wir an jetzt? Sollen wir direkt schon mal auf Wille gehen? Ich würde nämlich sehr gerne zaubern. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt am Anfang so wichtig ist. Ich weiß, die Konstitution... Ja, Konstitution ist wichtig, damit wir mehr Ausdauer haben. Ein Punkt gibt uns zwei Leben und zwei Ausdauer. Hm, das sind schon wieder zu wenig Seelen. Oder doch lieber mehr in Stärke. Achso, wir bekommen auch Ballon... Bei der Konstitution erhöht sich auch unsere Balance. Das ist natürlich... Okay, dann machen wir es erst mal so. In Konstitution. Ich hoffe, es ist nicht verkehrt. Und dann werden wir uns jetzt mit den restlichen Seelen noch Pfeile kaufen. Damit wir nicht nur auf unsere Wurfmesser, ähm... Ja, zurückgreifen müssen. Du wieder? Ja. Kannst du nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Ja, Entschuldigung. Und deine Arbeit ist gar nicht so gefährlich, wenn man dazu guckt. Ich kenne mich da recht gut aus. Gegenstand kaufen. So, jetzt können wir natürlich... Den Streitkolben finde ich interessant. Den werden wir uns auf jeden Fall irgendwann noch näher besser angucken. Aber wir holen uns jetzt erst mal 159 Pfeile. Ja, komm, gib doch mal her. Ich hoffe, das ist jetzt nichts, ähm... Schlimmes oder Verkehrtes. So, dann können wir da direkt mal gucken. Okay. Gerne, gerne. So, jetzt müssen wir mal gucken in der Steuerung. Wir hatten den Bogen schon ausgerüstet, ne? Ja, hatten wir. Ähm, wie war das denn nochmal? Ja, so war das. Und dann brauchen wir doch mal gucken. Schießen. Achso, es anvisieren. Okay. Und mit der rechten Maustaste können wir schießen. Wir haben noch Pfeile. Ach, wir müssen die Pfeile ausrüsten. Ich Duselchen. So, da sind die Holzpfeile. Und genau, da können wir nämlich spannen. Eine coole Sache. Und dann anvisieren. Und dann loslassen. Okay. Ja. Hatten wir nämlich schon einmal... Jetzt wissen wir wieder, wie es geht. So, und dann geht nämlich unser Abenteuer auch direkt weiter. Da wollen wir wieder mal zurückreisen. Und zwar in den Kardinalsturm. Da geht eine Treppe runter. Jo. Da geht eine Treppe runter. Ansonsten hatten wir oben eigentlich erstmal alles. Ne, hatten wir nicht. Hier oben ist noch eine... Hier oben ist noch eine verschlossene Tür. Ja. Die Frage ist aber, wo bekommen wir den Schlüssel her, ne? So, ähm... Eine Leiter nach unten. Okay. Wir müssen natürlich gucken. Feuerschwert oder, ähm... Wie heißt das andere Schwert? Heideritterschwert. Oh, guck mal. Da steht einer. Okay. Oh, da kommt einer. Oh, nee. Da kommt wieder einer mit so einer dummen Pieke, ne? Dann warten wir erstmal hier. Oh. Die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Ach, der hat uns auch schon gesehen. Ja, komm mal her. Ja, eins, zwei... Komm, der macht noch einen Dreier. Jawohl. Das hat hier aber nichts gebracht mit. Oh, der ist ausgewichen. Oh, der hat uns sogar noch erwischt. Guck mal. Na, bist du denn für ein fieses Etwas? Ach, Mist. Eins, zwei, drei... Oh, jetzt wollte ich gerade wieder zuhauen. Ich glaub's nicht. Oh, jetzt stellen wir uns aber auch blöd an hier. Ne, das geht nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Also bei so einem anfängerlichen Kampf... Die mit der Pieke sind echt gemein. So, gehen wir direkt nochmal ins Leuchtfeier. Denn, auch wenn der jetzt wieder da ist, dessen bin ich mir bewusst, haben wir halt nun mal den Vorteil, dass wir den ganzen Kampf jetzt nochmal machen können, ohne dass wir so viel Leben verlieren. Achso, apropos, warte mal. Das können wir doch direkt mal testen hier jetzt. So, mal aufhören zu laufen. So, wollen wir doch mal gucken. Tschung. Jawolle. Ey, der macht auch gar nicht mal so verkehrten Schaden. Aber der braucht natürlich einiges. Komm, so ein schöner Kopftreffer. Boah, der läuft ja immer noch. Oh, da brauchen wir schon viele Pfeile für so einen Mob da. So, der ist, hopps. Wollen wir doch mal eben gucken. Können wir hier durch? Öffne. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Okay. Wir kommen auf die andere Seite. Was soll man hier? Nachricht lesen. Was? Totstellend voraus. Ja, ja. Das dachte ich mir schon, dass der sich hier totstellt. Eieieiei. Die halten mehr aus. Das gefällt mir nicht. Eine Feuerbombe haben wir. Ich gehe mal wieder zurück auf das andere Schwert. Weil ich meine, das Heideritterschwert hatte mehr Schaden verursacht. Ja, müssen wir mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Oh, nee. Da ist eine Wand. Gehen wir mal rüber. Guck mal, hier unten sieht Saujek aus. Ach, hier ist doch da, wo es gebrannt hat, ne? Oh, nein. Da ist doch ein Frosch. Nee, wie auch immer. Feuersalamander nenne ich ihn jetzt. Aber der sieht uns nicht. Der kann nicht auf uns schießen, ne? Ne. Der sieht eher aus wie ein Chamäleon. Guck mal, hier liegt noch einer. Grüß dich. Das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Wir brauchen auch bei denen drei Schlägen. Also spielt es keine Rolle. Da brauchen wir mehr Stärke. Dürfen wir hier durch? Nee, verschlossen. Klasse. Wir müssen den Schlüssel anscheinend finden. Auf der Suche nach dem Schlüssel. Dann halt, ja. Das heißt, wir können ja nur noch hier durch, ne? Nachricht lesen. Nebelwand. Ja, super. Klasse. Nachricht lesen. Kurz gesagt. Was? Feind vor kurz... Hä? Feind? Kurz gesagt rechts. Was ist das denn für ein Satz? Hier ist aber kein Feind. Können wir hier durch? Öffnen. Verschlossen? Na. Fieses etwas. Achso, das meinten sie mit Feind. Ja, dachte ich mir doch. Oh, das ist so gemein, ne? Dass die Viecher hier... Oh, komm, kein Boss. Nein. Es ist auch kein Boss. Aber wir haben direkt vor uns einen Feind. Oh, ich sehe, wir haben mehrere Feinde. Oh, nee. Oh. Du kommst hier rüber? Die kommen echt hier rüber. Die können hüpfen? Ich glaub's nicht. So dumm seid ihr ja mal gar nicht. Ne, ne, ne. Jetzt komm schon rein. Jetzt lauf nicht wieder zurück. Na, los, komm. Jawoll. Drei Schläge. Verdammt. Hätten wir doch vielleicht noch ein bisschen Stärke trainiert. Ja, ich blocke. Wir bekommen Schaden. Achso, ja. Ich weiß auch warum, Freunde. Also, wenn wir blocken, bekommen wir Schaden, weil... Das hab ich mir nämlich mal angeguckt. Und hier in den Werten, da gibt es nämlich... Wo war das? Genau. Hier sind die Resistenzen. Die Haltung, Stabilität, je nachdem wie stark ein Schlag wohl ist. Und wir hatten... Hier, körperliche... Absor... Ja. Ähm. Absorvation. Ähm. Reduziert körperlichen Schaden im Prozent. Wenn der Wert hier auf 100 sein sollte, werden wir, glaube ich, dann komplett den Schaden blocken können. So, gucken wir uns doch mal um. Da sind noch bestimmt ein paar Bogenschützen dabei, ne? Ihr Fiesen. Ja, da hinten. Ich seh's schon. Der schießt doch auf uns. Gott, wie frech ist das denn? Wenn der auf uns schießen kann, können wir bestimmt auch auf den schießen. Jawohl. Der Pfeil geht wieder ins Leere. So. Da müssen wir mal gucken. Oh. Der war zu hoch. Schade. Ne. Du triffst uns nicht. Aber wir treffen dich. Oh. Schön. Drei Schüsse. Was ist mit dir? Ich glaube, Kopftreffer verursachen mehr Schaden. Naja, 70. Oh, oh, oh. Der ist aber fix unterwegs. Und wir müssen natürlich vorher schießen, damit wir ungefähr dann wissen... Oh, der kommt... Oh, oh, oh. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Was? Der hat einen Speer, ne? Der hat einen Speer. Oder ist das eine Lanze? Oh. Ey. Oh, oh, oh. Wir bringen den gar nicht aus der Balance. Doch. Jetzt hatten wir ihn eben. Aua, aua. Ey. Komm mal. Jetzt werde ich aber mal nicht hier frech. So. Und jetzt... Wieder wieder. Verdammt. Wir kommen da nicht durch. Verdammt normal. Okay. Mal eben kurz Ausdauer aufbauen. Das sind aber harte, knackige Gegner. Sag ich euch. Ja. Genau. Das dachte ich mir. Ja. So ein Speer hat auch wahrscheinlich Nachteile. Und den Nachteil haben wir nämlich jetzt gerade entdeckt. Ein Speer kann nämlich anscheinend nur nach vorne stoßen. Hab das auch wieder einen Bogenschütze. Das ist aber ein großer. Oh, da müssen wir aufpassen. Ah, der hat uns doch noch getroffen. So, hier triffst du uns nicht. Ach, jetzt bewegt er sich sogar. So intelligent sind die Mistviecher. Ich glaub's nicht. Ach. Zu früh. Wir müssen aufpassen auf unsere Pfeile. Jawohl. Da haben wir dich getroffen. Oh. Oh, schnell, schnell. Verstecken. Jawohl. Der ist auch hinüber. Coole Sache. So, gucken wir uns doch mal um. Was haben wir denn hier Schönes? Ähm. Da unten seh ich ein Item. Wie kommen wir denn noch runter? Der lebt ja nicht mehr da, ne? So. Wie kommen wir denn da runter? Da unten. Boah. Da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Ah. Das ist aber nicht nett von dir, dich da unten zu verstecken, mein Freund. Ja, komm. Dann schieß uns doch an. Dann trinken wir gleich einen Heiltrank. Dann geht's uns wieder gut. Na, komm. Geh hoch. So. Noch einen Schuss brauchst du. Nein. Ja, wenn der uns jetzt treffen würde. Was ist das denn, dass der Pfeil in der Wand hängen bleibt? So. Nehmen wir einen Schluck von unserem schönen Heiltrank. So was hätte ich auch gerne. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie kommen wir denn hier weiter? Können wir hier rüber? Nee. Hier können wir nicht hoch. Warte. Nee. Das geht, glaube ich, auch nicht, ne? Nee. Wir können auch nicht irgendwie da drauf, ne? Das geht nicht. Wir können nicht hüpfen oder so. Springen können wir. Klar. Aber. Ei, ei, ei. Oh. Sieh mal einer an. Da ist ja noch. Äh. Noch einer. Verdammt. Ich glaube, wir können nicht mehr zurück. Schnell schießen. Noch einmal. Schnell. Jawohl. Oh, 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 oh. Ich will hier nicht runterfallen. Ich glaube, wenn wir hier runterfallen, sind wir so gut wie hops, ne? Unter uns steht auch noch einer. Klasse. Wo geht's denn hier lang? Ei, ei, ei. Aber eine schöne Burg. Ach, guck mal, da oben. Das haben sie cool gemacht. So was mag ich. Da haben wir sogar noch ein paar Feinde. Oh, drei Stück sehe ich da. Oh, da ist noch ein Item. Nee, ich glaube, wir gehen erstmal wieder runter. Denn, hier muss man doch irgendwie durchkommen. Okay. Ich denke mal, wir springen mal hier oben drauf. Nachricht lesen wollte ich. Verdammt. Oh. Äh. Das stimmt ja. Da ist ja noch einer. Hab ich ja ganz vergessen. Genau. Hau mal auf und drauf. Dann hauen wir nämlich mal zurück, mein Freund. Mit Blitz. So, da haben wir schon mal den ersten Gegenstand. Coole Sache, ne? Fackel. Fackel, Fackel. Oh, vorsichtig bewegen, bitte. Zum Glück ist das mit Maus und Tastatur nicht so eingestellt, Freunde, wenn ich, ich sag jetzt mal, zweimal rückwärts gehen sollte, dass ich dann so eine Rolle mache, weil dann würden wir so einige Tode hier, äh, ja, abbekommen. Nee. Okay, rüberspringen oder schwingen a la Assassin's Creed ist hier, glaube ich, nicht. Da muss es einen anderen Weg geben. Naja, gucken wir uns erst mal um. Wo geht es denn hier runter? Ah, wir müssen sogar runter, ne? Oh, und sogar wieder Schaden erlitten. Oh, das ist doch fies. Also, guck mal, da geht ein Weg runter von dem großen Gebäude irgendwie. Da müssen wir wahrscheinlich runterspringen. Ja, wollen wir uns doch mal umgucken. Kriegen wir schon irgendwie alles hin? Ich will natürlich jedes Item mitgehen. Ist da was in der Ecke? Nee, ne? Nee. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber du bist tot, ne? Ja. Du sollst doch schön tot bleiben. So. Von hier oben. Ach, guck mal da. Da, wo der Typ stand. Oh, da gibt es eine Höhle, eine Leiter. Damit kommen wir auf die Mauer. Aha, aha, aha. Da unten ist das Item. Ja. Kann man hier runterfallen? Uah, vorsichtig. Oh, Backe. Oh, da haben wir wahnsinnig viel Schaden bekommen. Tja, schade. Da muss ich der zweite Heiltrank dran glauben. Aber lieber einen Heiltrank nehmen oder Lebenssteine als abnippeln. So, hier geht es runter. Genau, das ist der richtige Weg. Ja, nice. Jawohl, Gegenstand. Nee, aufheben wir bitte. Eine Titanitscherbe. Ey, hat sich ja gelohnt. Da ist noch ein Gegenstand. Da kommen wir aber nicht dran, ne? Ist dat ein Mob? Dat ist ein Mob, ne? Dat is ein Möppel, ist dat. Kann man den anschießen? Nee, ist klar. Guckt euch das mal bitte an. Ja. Ärgerlich so etwas. Schade. Egal. Ah, das wollte ich auch nicht. Ich wollte die Waffe wechseln. Naja, okay, gut. Wie dem auch sei, wissen wir, weil... Ah, nee. Jetzt können wir gar nicht hoch, ne? Nee. War hier noch was? Hm, jetzt dürfen wir den ganzen Weg nochmal laufen anscheinend. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang und hier wieder runter und wieder hochkrabbeln und... Naja, gut. Kriegen wir schon alles hin? Hat da wieder jemand eben geschossen? Das hat sich gerade so eben angehört. Aber ich glaube nicht. So, Freunde, aber nichtsdestotrotz... Oh. Ist da noch etwas? Mal eben kurz. Hm. Nee. Da ist nix. Freunde, nichtsdestotrotz, wir sind leider wieder an der Zeit. Wir sind immerhin schon mal ein paar Schritte weiter nach vorne gegangen. Und ich bin mal gespannt, was uns noch so erwartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genauso wie es mir gefällt. Lasst mir ein Like da. Ne? Positives Feedback, Karma und so. Ne? Daumen nach oben. Würde mich natürlich freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin.